hallo toasties und willkommen zum diesjährigen talenta wettbewerb wie letztes jahr haben wir sehr viele teilnehmer gehabt und dieses mal krönen wir die top 3 platz nummer 3 geht an dich ja mama wird so stolz auf mich sein und auf eine wunderschöne zeichnung und platz 8 geht an das mädchen mit der blauen nase gratulation mama wird mir fixen tausende auf die krallen geben weil ich gewonnen habe und platz nummer eins geht an das mädchen mit den grünen haaren also wirklich dein gemälde ist einfach fantastico dieser braune berg und diese emotionen die ich aus deiner zeichnung rausspüren kann fantastisch charlotte mein schatz du hast platz drei belegt ich bin so unglaublich stolz zum anlass des tages werden wir ein dörr im essen gehen ja lecker ich liebe dörr oh lili gratulation mama ich will aber geld als belohnung haben ach lili das ist doch das mindeste du bekommst 20.000 für dieses wunderbare gemälde und weißt du was als anlass werde ich alle hier einladen auf ein dörr was wirklich sie sind so großzügig danke jetzt war ich aber richtig verschrocken mein schatz was glotzt mich dieses mädchen so an hat sie etwa keine eltern mama das ist april ich glaube sie ist ein waisenkind weil ihre eltern habe ich noch nie gesehen also wirklich man sollte sie disqualifizieren waisenkinder sollten bei diesem talente wettbewerb gar nicht mitmachen dürfen mama können wir gehen die länger ich sie anschauen muss desto mehr vergeht mir der appetit hohoho mein schatz du bist so unglaublich klug natürlich da hast du recht komm lass uns gehen ich freue mich schon so sehr auf den dörr wieso haben die mich so komisch angeschaut vielleicht hat ihnen ja meine zeichnung gut gefallen ach kindchen wieso bist du denn immer noch hier der talente wettbewerb schließt jede minute oh entschuldigung meine eltern sollten jede minute herkommen sie haben es mir versprochen okay ich hoffe deine eltern kommen bald denn es wird bald dunkel ich muss auf jeden fall jetzt gehen denn meine eltern lassen mich noch ein bisschen tockebocke zocken bevor ich schlafen gehen muss wo könnten papa und mama nur sein es sind schon acht stunden vergangen sie haben es mir noch versprochen dass sie kommen werden aber aber vielleicht sind sie noch am arbeiten ich glaube ich werde sie einfach auf der arbeit besuchen gehen das wird sie bestimmt freuen wenn sie sehen dass ich platz eins belegt habe sie werden sicher begeistert sein von meiner zeichnung da bin ich schon soll ich papa zuerst besuchen gehen oder mama wo war ihr büro überhaupt ich glaube es war hier auf dieser seite oh mama arbeitet ja immer noch die arme ich werde hier auf sie dann warten so und jetzt sind wir schon am ende meiner präsentation angekommen ich habe euch noch kopien von der präsentation gemacht und ja bitte sagt mir ob ihr die fußpilz pizza bestätigt hornhaut pizza was ist denn das für eine idee sagen sie mal liebe frau bächter wollen sie heute etwa gefeuert werden sie hatten einen job und dieser job war ein rezept für eine pizzeria zu erstellen und sie bieten uns eine fußpilz pizza manuel schau dir mal diese präsentation an frau bächter sie haben unsere zeit verschwendet sie sind wirklich eine zeit verschwenderin ich hätte jetzt daheim sein können und roblox zu zocken frau bächter sie sollten heute froh sein dass wir sie nicht folgen aber bitte geben sie mir noch mal eine chance ich kann mich beweisen das wird ihre letzte chance sein haben sie mich verstanden eine chance bekommen sie noch komm walter lass uns gehen oh endlich ist mama fertig mit der arbeit mama 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 überraschung hier bin ich april was machst denn du hier ich habe doch gesagt dass wir dich abholen werden wieso hörst du nie auf uns aber mama ich habe acht stunden auf euch gewartet und deshalb dachte ich ich komme vorbei und teile dir mit dass ich platz eins belegt habe beim zeichen wettbewerb april hast du keine ohren ich habe gesagt du sollst auf mama warten nur wegen dir du hast meine gesamte präsentation sabotiert willst du etwa dass ich gekündigt werde und dass wir auf der straße landen aber mama ich habe doch gar nichts gemacht april ich bin so gestresst bitte lass mich in ruhe die einfach nach hause okay mama mama beruhig dich doch ich gehe doch schon wie habe ich dieses kind bitte erzogen dass sie sich so aufführt papa wird sich sicher freuen dass ich gewonnen habe papa papa schau mal was ich gewonnen habe bist du stolz auf mich april was machst du denn hier haben wir dir nicht gesagt dass du auf uns warten sollst wir kommen dich doch abholen ich wollte nicht mehr länger warten darum habe ich gedacht ich werde dich überraschen schau mal was ich gewonnen habe ich habe sogar eine krone bekommen was bist du für eine ungehorsame tochter wieso bist du hier haben wir dir nicht gesagt dass du dort warten sollst wir müssen arbeiten aber papa ich habe acht stunden auf euch gewartet und ihr seid einfach nicht gekommen und schau mal wie schön meine zeichnung gewonnen ist april ich bin jetzt mal ganz ehrlich dass du platz eins belegt hast ist ja einfach nur ein witz das ist mit abstand der schlechteste gezeichnete schokoladen eiscreme den ich jemals in meinem leben gesehen habe papa das ist kein schokoladen eis das ist ein brauner berg weißt du was papa ich hasse dich das sollte ein brauner berg sein jetzt muss ich ihr noch eine brille kaufen weil sie so schlecht sieht diese zeichnung muss ich verbrechen also ich hätte wirklich gedacht dass sich mama und papa darüber freuen werden dass ich im zeichen konnte es gewonnen haben sag mal wie redest du eigentlich mit deinem vater aber papa du hast dich nicht mal gefreut über meine auszeichnung naja ich hätte mich sogar gefreut aber deine zeichnung schaut aus als hätte sein kleinkind gezeichnet sag mal april was machst du denn ich hab doch gesagt du sollst nach hause gehen schatz hast du etwa zu april gesagt sie soll zur arbeit kommen und uns stören nein sicher nicht das was bestimmt du mama papa bitte hör auf zu streiten april haben wir dich etwas so schlecht erzogen wenn die großen reden dann machen die kleidenden mund zu gehen nach hause entschuldigung mama und papa unsere tochter ist nur so verzogen wegen dir wegen mir sagst du das ist alles nur deine schuld mama und papa streiten immer und das ist alles nur meine schuld ich hätte niemals an dem wettbewerb teilnehmen soll morgen ist aber mein geburtstag ich hoffe dass wird ein besserer tag heute ist endlich mein geburtstag ich bin extra früh aufgestanden und habe mir meinen eigenen kuchen gebacken weil ich weiß ja wie beschäftigt mama ist bei der arbeit und ich wollte sie nicht stören so endlich bin ich fertig mit den vorbereitungen zu meinem geburtstag und jetzt rufe ich mama und papa an hoffentlich kommen sie bald papa wann kommst du nach hause du weißt auch was heute für ein tag ist aber ich brauche nicht mal ein geschenk solange du kommst ist es alles was ich brauche sollte heute denn für ein tag sein um haben papa du hast es doch nicht vergessen heute ist mein geburtstag april ist es dein ernst wegen sowas unwichtigem rufst du mich an und stößt mich bei der arbeit aber papa ich werde fünf jahre alt und du hast mir versprochen dass du kommst also april was ist wichtiger dass ich arbeite und geld verdiene und die essen auf dem tisch bringen oder dein blöder geburtstag diese tochter die einfach nichts wertschätzt okay vielleicht hat papa recht ich meine er arbeitet so hart für unsere familie aber aber vielleicht kann ich mama anrufen vielleicht hat sie zeit mama 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 weißt du was heute für ein tag ist wann kommst du okay und das ist meine überarbeitete präsentation boring langweilig aber was kann ich machen damit es euch besser gefällt was wer ruft mich denn jetzt an während der arbeit sogar können sie sich bitte beeilen wir haben nicht den ganzen tag zeit geben sie mir bitte zwei sekunden ich muss nur schauen wer angerufen hat ja hallo wer ist da mama sag mal april wie habe ich dich denn erzogen ich habe doch gesagt dass ich am arbeiten bin wieso rufst du mich an ich bin gerade mit meinen kunden also wirklich oh je mama und papa beide waren noch am arbeiten das hätte ich mir aber auch denken können aber vielleicht kommen sie noch warte mal es ist ja schon zehn uhr abends oh man dann fahr ich halt mein geburtstag alleine wie all die jahre davor zum geburtstag viel glück zum geburtstag viel glück egal kopf hoch es war ja eh nur ein geburtstag jetzt muss ich eh schon ins bäck in den morgen muss ich in den kindergarten gehen mama 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 schau mal schau mal mama schau mal ich hab eine sandburg gebaut mama schau doch auch mein schatz ich bin so stolz auf dich du bist so klug hey mama mama schau doch hey mama schau mal was ich mache mama mama schau mal ich gieße die wand bin ich nicht klug oh mein kleiner einstein mama mama schau mal eine sandburg an schau doch mama mama schau mal was ich mache du bist definitiv klüger wie das mädchen da oben und wieso starrt sie uns so an ach die arme wo sind wohl ihre eltern sie muss wohl ein waisenkind sein hey ich kann alles hören was ihr sagt meine eltern sind bei der arbeit ja 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 das sagen sie doch alle ich bin kein waisenkind und ja meine eltern arbeiten oje die arme ist ja keine freunde und keine eltern sag mal findet ihr es nicht peinlich dass zwei omas ein kind wie mich gerade mobbt hast du mich gerade als oma bezeichnet was fällt ihr ein komm lass uns gehen sie ist ein schlechter einfluss auf unsere kinder oh man aber wo sind meine eltern wirklich mama hat gesagt dass sie mich abholt vom kindergarten aber sie sind immer noch nicht da sind das bitte für eltern packen ihren kind keine jause ein und holen sie auch nicht vom kindergarten ab jetzt werde ich sie mal anrufen ja hallo hier ist die kindergartenlehrerin wer ruft mich so spät an ich war voll am schnarchen ja hallo wer spricht denn da wer hat mich aufgeweckt oh ähm tschuldigung dass ich sie aufgeweckt habe aber sie haben ihre tochter vergessen es ist schon ein uhr abend kommen sie sie nicht mehr abholen oh meine tochter hat zwei beide mit diesen beiden kann sie doch von selber nach hause kommen was muss ich sie denn da noch abholen und jetzt lass mich schlafen also das kann doch nicht wahr sein die arme april wieso sind ihre eltern so gemein vielleicht kann ich sie nach hause bringen es ist ja schon so spät und so gefährlich april wo ist sie denn hin schatz wer war das war das etwa april was ist los mit unserer tochter sie stört uns bei der arbeit und jetzt stört sie uns noch beim schlafen ich kann es selber auch kaum glauben april das wird noch ein nachspiel haben und jetzt gehe ich schlafen weh man weckt mich einmal auf auch kalt mama mama mach die tür auf papa mama mach die tür auf es ist so kalt bitte lass mich rein bitte bitte mama man habe ich gut geschlafen wann war das letzte mal wo ich so gut geschlafen habe ich habe auch super geschlafen was macht denn mein handy da komm lass uns zur arbeit gehen ich wette mit ihr april ist immer noch am schlafen april aufstehen april komm schon will sie uns schon wieder warten lassen dann kommen wir wieder zu spät zur arbeit april du kommst jetzt runter wir ziehen bis drei und dann gehen wir ohne dich eins zwei drei komm lass uns gehen was macht denn april da draußen hat sie etwa auf uns schon gewartet april bist du extra früh aufgestanden ich bin so stolz auf dich dass du uns nicht warten gelassen hast zum anlass wenn wir dich sogar zum kindergarten bringen und du musst nicht alleine hinlaufen ah das sind wir ja auch schon so april wir gehen jetzt zur arbeit habe einen wunderschönen tag aber aber april ist ganz rot im gesicht und sie zittert so stark ist sie etwa krank april was zitterst du so jetzt zitter doch mal nicht hör auf zu zittern du stimulantin in der früh warst du noch okay naja auf jeden fall das ist jetzt nicht unser problem wir müssen zur arbeit gehen auf wiedersehen april du hast so komische eltern aber komm geh rein und spiel mit den anderen kindern und wärm dich bisschen auf ja ok ähm hallo leute mein name ist april können wir freunde vielleicht sein oh april du musst doch das waisenkind sein oder ähm nein ich habe eltern schau mal april wir haben eine zeichnung für dich gemalt von dir und deiner nicht vorhandenen mama ich hoffe es gefällt dir ähm hör bitte auf damit das ist so gemein wenn wir so gemein sind dann geh doch weg aber wir können doch spielen ohne gemein zueinander zu sein charlotte hörst du gerade jemand reden ähm nein ich höre niemanden reden komm lass uns spielen gehen lilly komm schon lass uns unser lieblingsspiel spielen fußball oh können wir nicht brennball spielen ok ich liebe dieses spiel so sehr fang und jetzt bist du dran fang fang du und 1,2,3 und ab ins tor tor was habt ihr bitte gemacht ihr tierquäle das war ein lebewesen ihr habt es getötet das werde ich der lehrerin sagen lehrerin bitte kommen sie april mach deinen mund so du petze wieso verpetzt du uns das war deine schule das war doch eure schule nein das warst du du hast ihn reingeworfen was ist denn das für ein lärm kinder april hat das meerschwein hier in die toilette geworfen april stimmt das sie müssen mir glauben ich war das wirklich nicht ich würde einem lebewesen niemals weh tun charlotte und lilly haben das hausschwein in die toilette geworfen bitte sie müssen mir glauben sie lügt sie lügt wir drei können es bezeugen drei leute gegen eine person dann war es also doch du april wieso lügst du mich an ich hätte nie gedacht dass du eine tierquälerin bist du solltest sich schämen so etwas einem tier anzutun bitte sie müssen mir glauben ich war das wirklich nicht auf deine lügen werde ich nicht mehr fallen jetzt werde ich deine eltern anrufen ja hallo wer ist da hallo hier ist aprils kindergartenlehrerin bitte kommen sie sofort ihre tochter hat einen hund die toilette runtergespült was hat sie schon wieder angestellt oh dieses kind wir kommen sofort wo ist dieser drei käse hoch was hat sie schon wieder angestellt wie bereits am telefon erwähnt ihre tochter hat ein kaninchen die kloschüssel runtergespült sie wird suspendiert april wie kannst du es wagen tiere zu verletzen ich bin enttäuscht aber aber ich war das wirklich nicht ihr müsst mir glauben die anderen kinder da draußen haben was anderes gesagt sie haben gesagt dass ihr brennball mit einem tier gespielt habt schaut mal das ist mein brennball für dich aua mama das hat richtig weh getan also das hätte nicht wirklich sein müssen irgendwie muss man ihr kinder erziehen und wenn sie nicht hören wollen dann müssen sie fühlen papa bitte glaub mir ich glaube dir gar nichts mehr du lügnerin jetzt gehen wir nach hause april jetzt müssen wir uns freinehmen von der arbeit wegen dir weißt du wie viel geld wir verlieren und wieso halte ich dich in den händen überhaupt komm schatz lass uns zum mittagessen gehen ich habe einen kohldampf nach dem ganzen stress wieso glauben sie mir einfach nicht mama papa wartet auf mich ich hab auch hunger mhm schatz dieser dünne kebab schaut aber vorzüglich aus oh dankeschön mein schatz komm lass uns unser essen genießen nach so einem stressigen tag mama was gibt es zum essen ich habe auch hunger oh lecker dörren was stehst du noch so rum setz dich doch endlich hin oh ok tschuldigung mama du glaubst doch nicht etwa dass ich dir von meinem wunderbaren leckeren dörren doch was abgebe aber ich hab doch auch hunger ich hatte nicht mal frühstück das hättest du dir früher überlegen sollen fräulein das kannst du zum essen bekommen als strafe dass du einem tier weh getan hast aber das sind hundekekse das kann ich doch nicht essen das ist so trocken du setzt dich jetzt hin fräulein haben wir uns verstanden und trocken sagst du hm warte schau ich geb dir bisschen ketchup drüber dann ist es nicht mehr so trocken und wenn du wirklich hunger hast dann wirst du es essen nein das werde ich nicht essen ja april wenn du nicht essen willst dann ist es aber nicht unser problem du gehst jetzt auf dein zimmer ich weiß nicht was ich gemacht habe dass ihr einfach so gemein seid endlich kann ich entspannen jetzt ist es so ruhig hier wenn sie die kekse nicht haben will dann esse ich sie halt ich liebe hundekekse nach so einem leckeren essen bin ich richtig müde Ich auch. Gute Nacht, Schatz. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Mama und Papa waren eigentlich nie so. Aber seit sie den neuen Job angenommen haben, sind sie einfach so böse. Wahrscheinlich ist es Stress. Ich kann einfach nicht schlafen. Ich glaube, ich muss ein bisschen spazieren gehen, um meine Gedanken sich ein bisschen zu sortieren. Und Fluffy, du kannst dann mit mir mitkommen. Alleine habe ich doch ein bisschen Angst zu gehen. Ich hoffe, dass Mama und Papa es nicht auffällt, dass ich das Haus verlassen habe. Weil sonst bekomme ich wieder Ärger. Was soll ich nun machen? Ich will, dass meine Eltern mich wieder so wie damals behandeln. Und in den Kindergarten will ich auch nicht gehen. Alle sind gemein und machen sich lustig, weil meine Eltern nie da sind für mich. Was soll ich nun tun, Fluffy? Warte mal, ist das nicht? Findet Nemo? Die Hüfte ausgerutscht. Mama, Papa, Hilfe. Mama, Hilfe. Was war denn das für ein Geräusch? Hat jemand etwa die Haustür zugeschlagen? Schatz, was ist passiert? Wieso bist du wach? Komm, lass uns wieder schlafen gehen. Aber ich habe da was gehört. Was hast du denn gehört? Komm, lass uns gemeinsam nachschauen gehen, was es war. Was? Wo ist denn April hin? Ihr Lieblingsspielzeug ist auch weg. Hatte sie etwa Hunger? Vielleicht waren wir zu streng mit ihr. Ich habe in der Küche schon geschaut. Da war niemand. Aber wo könnte sie nur sein? Komm, wir müssen sie sofort suchen gehen. Was ist, wenn ihr was passiert? Oh nein, wo könnte sie denn nur sein? April. 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 Wo könnte sie nur sein? April. Was haben wir nur gemacht? Wo könnte sie nur sein? Ich habe sie gesehen. April, da ist sie. Ach nein, das war nur ein Hase. Komm, lass uns weitergehen. Sie suchen. April. 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 Schatz, ich mache mir langsam wirklich Sorgen. Wie waren wir heute zu streng mit ihr? Ich glaube schon, mein Schatz. Oh nein, was haben wir nur gemacht? Sind wir etwa die schlimmsten Eltern der Welt? Wir hätten sie besser behandeln sollen. Ja, das stimmt. Aber die Hauptsache, das Wichtigste ist jetzt, dass wir sie finden. Wo sie noch ein kleines Kind war, war das ihr Lieblingsort. Ob sie vielleicht hier ist? Schatz, schau mal, was auf der rechten Seite ist. Ist das etwa nicht ihr Plüschtier? Das ist wirklich ihr Lieblingsplüschtier. Was macht das hier? Schau mal, Schatz, was ist das im Wasser? Was? Das im Wasser? Das ist doch Aprils Haarspange. Ist sie etwa ins Wasser gefallen? Ich muss ihr sofort helfen. April, warte haltet durch. Wo ist sie noch? April, April, mach die Augen auf. Wir sind gleich wieder, gleich aus der Luft. Ich habe sie gefunden, Schatz. Wir müssen den Krankenwagen rufen. Wir müssen uns beeilen. Schnell, schnell. Sie atmet nicht mehr. Was hier wohl passiert ist? Was ist denn mit der Kleinen passiert? Sie reagiert hier gar nicht mehr. Wir müssen sie sofort operieren. Komm, Schatz, lass uns gehen. Doktor, Doktor. Wird sie, wird sie es etwa überleben? Es schaut nicht sehr gut aus, aber wir werden unser Bestes geben. Bitte, bitte retten Sie meine Tochter. Ich flehe sie an. Wie gesagt, ich werde mein Bestes geben. Bitte warten Sie draußen auf sie, während wir sie operieren. Okay, wir werden draußen warten. Unsere wunderschöne Tochter. Könnt ihr jetzt bitte gehen? Wir sollten wirklich mit der Operation anfangen. Oh, ähm, ja, natürlich. Bitte halte durch, Kleines. Wir fangen jetzt mit der Narkose an. Und hoffentlich können wir dich retten. Das ist alles nur unsere Schuld. Ich habe sie vergessen, von der Talent-Show abzuholen. Und ich habe ihren Geburtstag vergessen. Alles hat bisher nicht gewirkt. Vielleicht hilft diese Spritze. Das ist aber meine letzte Lösung. Bitte wach auf. Nein, ihr Herz ist stehen geblieben. Leider hat sie die Operation nicht geschafft. Du armes kleines Mädchen, Ruhe in Frieden. Ah, da seid ihr ja. Ich bin jetzt endlich mit der Operation fertig. Doktor, wie ist es verlaufen? Wie geht es ihr? Sie, sie hat es leider nicht geschafft. Sie hatte zu viel Wasser in den Lungen. Und deshalb ist ihr Herz stehen geblieben. Was? Das ist doch... Das kann nicht sein. Das ist ein schlechter Albtraum. Bitte sagen Sie mir, dass Sie mich gerade pranken wollen. Und es ihr gut geht. Nein, das kann nicht wahr sein. Wir haben wirklich alles versucht. Aber ihr Herz hat einfach aufgegeben. Es tut mir so leid. Entschuldigung für Ihr Beileid. Auf Wiedersehen. Was habe ich denn hier gehört? Ist das etwa ein Mädchen? Das ist der perfekte Körper für mich. Du bist mein. Wenn Sie wollen, können Sie sich noch einmal von Ihrer Tochter verabschieden. Oh, April, kannst du uns jemals verzeihen? Wir hätten dich niemals so schlecht behandeln dürfen. Mein herzliches Beileid an euch. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Ich vermisse sie so sehr. Warte mal. Spinne ich? Sie atmet wieder. Sie ist am Leben. Was? Sie haben aber gesagt, sie ist gestorben. Oh mein Gott, sie lebt noch. Meine Tochter lebt. Also, dass sie überlebt hat, das ist ja ein Wunder. Sie wird jetzt ein paar Tage bei uns stationär aufgenommen. Ja, ja, ja. Aber natürlich. Ich hoffe, es kostet nicht zu viel. Aber ja, ich hoffe, sie erholt sich bald. Okay, pass. Ich werde jetzt die Krankenschwester rufen und sie wird in ihr eigenes Zimmer verlegt. Unsere arme Tochter. Oh je, ich muss jetzt Sarah aufwecken, denn sie muss ihre Medizin nehmen. Hm, vielleicht würde es ihr nach der Medizin ein bisschen besser gehen. Was denkst du? Ja, ich glaube auch. Komm, Schatz, steh auf. Du musst deine Medizin nehmen. Und danach kannst du weiterschlafen. Nein. April, mein Schatz, was ist mit deiner Stimme passiert? Vielleicht hast du einen trockenen Hals. Komm, trink was. Ich will nichts trinken. Ach, ach, wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Ah, hier. Ich glaube, du musst jetzt schlafen gehen. Das war aber beängstigend. Was ist los mit unserer Tochter und ihrer Stimme? Nichts? Deiner Tochter geht es fabelhaft. Schatz, komm. Irgendwie habe ich Angst. Das fühlt sich nicht richtig an. Lass uns zum Doktor gehen. Ja, gute Idee. Vielleicht kann er uns weiterhelfen. Doktor, Doktor, Sie müssen uns helfen. Irgendwas ist falsch mit meiner Tochter. Ja, sie ist so aggressiv. Und ihre Stimme. Hm, das klingt nach einem Trauma. Vielleicht befindet sie sich immer noch im Schockzustand. Oh, okay, das macht Sinn. Aber wann wird es ihr besser gehen? Wie können wir unserer Tochter dabei helfen, dass sie sich schneller erholt? Seien Sie einfach nur für Ihre Tochter da. Das ist alles, was sie braucht. Die Liebe der Eltern. Dadurch wird sie sich erholen. Hm, ja, das macht Sinn. Dankeschön, Doktor. Und was ist, wenn sie sich nicht erholt? Dann können Sie sich ja immer noch an mich wenden, okay? Hehehe, endlich sind diese zwei komischen Menschen weg. Mir wurde langweilig. Hm, schauen wir mal, was es hier zum Spielen gibt. Perfekt. Ich habe meine zwei Opfer gefunden. Ih, geht. Was ist denn das für eine hässliche Zeichnung? Boah, und diese Zeichnung ist ja noch hässlicher. Aua, hey, hör auf. Und wieso weinst du noch nicht? Äh, hör auf. Oh Mann, wegen euch habe ich Bauchschmerzen bekommen, weil ihr so langweilig seid. Oh, zum Glück ist hier eine Toilette. Oh, mir wird schwarz vor Augen. Ich falle gleich in Oma. Komm, lass uns in einen anderen Raum gehen. Ja, gute Idee. Kinderlein, wo seid ihr? Wieso seid ihr abgehaut? Ich dachte, wir spielen gemeinsam. Bitte lass uns in Ruhe, sonst rufe ich meine Mama. Hast du mich gehört? Ja, lass uns in Ruhe, sonst hole ich meine 50 Cousins und dann werden sie dir eine Lehre erteilen. Hast du Milchbröte mich gerade bedroht? Jetzt werde ich euch eine Lehre erteilen. Oh mein Gott, sie ist verrückt. Ah, hör auf. Ich habe schon überall Beulen auf dem Kopf. Oh, ich muss euch noch Medizin geben. Nein, 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 bitte nicht. Aber wieso? Ich bin doch eure Ärztin. Oh Gott, oh Gott, komm, lass uns abhauen. Oh, diese zwei waren so langweilig. April, 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 was machst du denn da? Ich spiele, hast du keine Ahnung im Kopf? Sag mal, wie redest du mit mir? Du kommst jetzt mit mir mit und ich werde den Oberarzt rufen. Nein. Bitte, April, beruhig dich doch. Vielleicht hast du deine Medikamente nicht genommen, dass du so am Durchdrehen bist. Komm, wir müssen uns beeilen. Und deine Eltern werde ich auch anrufen. Ja, hallo, ich bin die Ärztin von dem Krankenhaus. Bitte kommen Sie sofort. Ihre Tochter ist am Durchdrehen. Sie hat gerade zwei andere Patienten schikaniert. Und wir können sie nicht aufhalten. Und sie verweichert sich, auch die Medizin zu nehmen. Kommen Sie schnell. Was? Ist alles okay mit meiner Tochter? Sie hat was getan? Sie hat zwei Kinder schikaniert? Und die Kinder sind komplett zerbeult auf dem Kopf? Nein, das war sicher nicht meine Tochter. Was? Wirklich? Das war meine Tochter? Was kann denn da los sein? Ich bin in zehn Minuten da. Bitte warten Sie auf mich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. April, wo ist meine Tochter? Ist alles okay? Was kann ich tun? Bitte nehmen Sie Ihre Tochter von dieser Station. Ich will nicht mit ihr mitgehen. Gugu, Gaga, Gugu, Gaga. April, beruhig dich doch. Komm, du kommst jetzt mit Papa mit. Und danach wirst du einen Schläfchen machen. Ich verspreche dir, dir wird es danach besser gehen. Okay? Ja, das ist eine gute Idee. Seitdem Ihre Tochter aufgewacht ist, hat sie noch gar nicht geschlafen. Und ich bringe auch die Medikamente dann vorbei. Oh, danke schön, Krankenschwester. Aber beeilen Sie sich mit den Medikamenten. Ja, ja, verlassen Sie sich auf mich. Komm, April, mein Schatz, lass uns gehen. April, mein Schatz, kannst du bitte aufhören, das Krankenhaus zu terrorisieren? Diese zwei armen Kinder haben dir gar nichts getan. Und jetzt gehst du schlafen. Hast du mich verstanden? Ich hoffe, dir ist bewusst, wie viel Geld wir heute verloren haben. Wegen dir musste ich früher von der Arbeit gehen. Also, April, heute will ich nichts mehr von dir hören. Du nimmst jetzt deine Atemmaske und gehst jetzt schlafen. Seit dem Unfall hast du dich so sehr verändert. Ich will doch einfach nur meine Tochter zurückhaben. Meine alte Tochter. Ist das zu viel verlangt? Was will dieser alte Mann von mir? Ich kenne ihn doch nicht mal. Und er nennt er mich die ganze Zeit Tochter, Tochter. Mir ist langweilig. Was gibt es hier zu tun in diesem Krankenhaus? Oh, ich weiß schon, was ich machen kann. Oh, ich weiß schon, was wir spielen werden. Wir werden Verstecken spielen. Du wirst dich vor deinen Eltern verstecken. Und sie werden versuchen, dich zu finden, wenn sie es schaffen. Oh, da vorne sind ja noch mehr Babys. Ach, ihr wolltet sicher auch mit mir spielen. Also, du gehörst dorthin. Und mit dir. Was machen wir nun mit dir? Ich weiß schon. Auf Wiedersehen. Um Himmels Willen, wer hat dieses Baby denn in die Toilette gesteckt? Komm her, du armes Baby. Wer wohl? Was war das wohl? Wo ist denn mein Baby hin? Ärztin, Ärztin, kommen Sie. Was ist denn los? Ist alles okay? Mein Baby ist weg. Bitte helfen Sie mir. Bitte beruhigen Sie sich, Ma'am. Wir werden Ihre Tochter finden. Okay? In so einer Situation, wie kann ich da bitte ruhig bleiben? Ich verspreche Ihnen, ich werde Ihre Tochter wiederfinden. April, um Gottes Willen, was machst du denn da? Lass das Baby los, okay? Bitte leg das Baby zurück. Oh Mann, du bist so eine Spaßverderberin. Das ist kein Spaß mehr, April. Sowas macht man nicht. Weißt du was? Das ist mir egal. Komm und fang mich. April, bitte warte. Ich bin den ganzen Tag schon an Hin und Her rennen. Ich kann nicht mehr. Ich bin so müde. Ja, ich muss jetzt einfach Ihre Mutter anrufen. Vielleicht kann sie April unter Kontrolle bringen. Bitte nehmen ab, bitte nehmen ab, bitte nehmen ab. Perfekt. Hallo, hier ist die Ärztin. Bitte kommen Sie sofort. Es geht um Ihre Tochter. Ja, hallo. Wer ist da? Was? Die Ärztin vom Krankenhaus? Geht es wieder um meine Tochter? Was hat sie wieder angestellt? Sie hat im Krankenhaus Babys ausgetauscht und zwei Kinder gemobbt. Nein, das kann doch nicht sein. Ach, geben Sie mir fünf Minuten. Ich bin gleich da. Es tut mir so leid. Ich kann mich nur für meine Tochter entschuldigen. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Ich habe schlechte Nachrichten für sie. Ich habe mit dem Krankenhaus geredet. Sie haben mit dem Krankenhaus geredet? Ich verstehe das nicht so ganz. Was ist los? Da Ihre Tochter unser Krankenhaus so verwüstet hat, müssen wir sie leider entlasten. Natürlich können sie immer noch für Behandlungen herkommen, aber sie wird nicht mehr hier stationiert bei uns. Was? Ich muss sie mit nach Hause nehmen. Aber was ist, wenn sie wieder einen Anfall hat? Und was ist, wenn sie wieder Hilfe braucht? Was soll ich dann machen? Selbstverständlich können sie für Behandlungen noch herkommen, aber sie darf einfach nicht mehr hier im Krankenhaus übernachten. Oh, ähm, sie ist aufgewacht. Ich glaube, sie ist froh, mich zu sehen. Ähm, April, mein Schatz, komm, wir gehen jetzt nach Hause. Mama, wird dir daheim was Leckeres kochen? Okay, mein Schatz? Bitte beruhig dich. Alles wird gut. Auf Wiedersehen und viel Glück. Ja, das werde ich brauchen. Dankeschön. Oh, April. Ähm, hallo, ich würde gerne Zimmer Nummer 340 auschecken. Hm, Zimmer 340, okay, sie können nun gehen. Auf Wiedersehen. Dankeschön für ihre Hilfe. Komm, April, jetzt nehmen wir uns ein Taxi nach Hause. April, ich weiß, dass ich keine gute Mutter bin und dass ich vor lauter Stress wegen der Arbeit dich vernachlässigt habe. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Okay, jetzt gehen wir nach Hause. Bitte sei brav. Ich will aber nicht nach Hause gehen. April, beruhig dich doch. Daheim werde ich dir was Leckeres kochen. Okay, wie klingt das? Wie das klingt, das klingt langweilig. Tschüss. April, mein Schatz, bitte warte doch. Oh nein, wegen ihr komme ich noch ins Gefängnis, weil sie so viel Unfug anstellt. Komm, fang mich doch. Komm, fang mich doch. April, April, bitte warte doch. Oh, das macht so Spaß. Boing, 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 Busch, Tor. April, mein Schatz, bitte warte doch. Was ist bitte in dich gefahren? Und ich meine es wortwörtlich. Wer sind sie bitte? Ich kenne sie doch nicht einmal. Oh, April, mein Schatz, jetzt hörst du aber auf. Über solche Dinge macht man keine Witze. Und ich habe mich doch schon entschuldigt. Komm, ich koche dir jetzt dein Lieblingsessen. Und vielleicht hilft dir das auf die Sprüge, dass du dich doch wieder an uns erinnerst. Und weil du so brav warst im Krankenhaus, darfst du dir einen Donut aussuchen. Okay, mein Schatz, ich werde das Essen dabei kaufen gehen. Aber ich mag keine Donuts. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. April, was machst du? Hör bitte auf damit. Nein, nicht all meine Donuts. Hör auf, April. Nein, du hast gerade rohes Fleisch gegessen. Dieses Kind ist von einem Dämonen besessen. Verschwinden sie aus meinem Geschäft. April, komm, lass uns gehen. Es tut mir so leid. Die Schäden, die aufgekommen sind, ich werde sie an der Kasse zahlen, okay? Ich will ihr Geld nicht. Verschwinden sie. Sie haben mein Geschäft ruiniert. Das tut mir so leid. April, du hast mich komplett blamiert. Ich kann nie wieder in dieses Geschäft zurückgehen. Und nach all dem, was du gemacht hast, kann ich einfach immer noch nicht glauben, dass du noch am Lachen bist. Oh, schöne Blumen, Mama. Und was ist das weg damit? Genug ist jetzt genug. Ich war den ganzen Tag so nett zu dir. Und du bist einfach nur noch frech. Du gehst jetzt in dein Bett, Fräulein. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Das ist nicht mehr meine Tochter. Sie war damals so lieb. Vielleicht ist sie ausgerutscht in das Wasser und ist auf einen Stein gefallen. Deshalb ist sie so komisch, weil anders kann ich es mir einfach nicht erklären. Ich glaube, wir müssen nochmal ins Krankenhaus gehen und sie untersuchen lassen, weil das ist nicht normal. Ja, hallo, wer ist da? Ich bin gerade bei der Arbeit. Ist es wichtig? April, mein Schatz, sie dreht durch. Ich schaffe es nicht. Oh, ich komme sofort. Okay, bitte halte durch. In 20 Minuten bin ich zuheim. Was hat sie jetzt wieder angestellt? Ich habe mich so schnell wie möglich beeilt. Ist alles okay? Ja, sie ist komplett im Geschäft durchgedreht. Ich konnte nicht mal einkaufen gehen. Deshalb konnte ich nur das zum Abendessen machen. Pferdewurst-Pizza. Oh, das schaut sehr lecker aus. Aber ich glaube, ich werde das Fleisch weggeben. Ich bin nämlich ein großer Fan von einer veganen Militantin geworden. Gar kein Problem. Ich werde jetzt April zum Essen rufen. April, komm essen. So, das ist deine Portion und das ist meine. Und das ist dann Aprils Portion. Oh, ich hoffe, sie kommt bald. Hoffentlich wird sie sich benehmen am Essenstisch. What's up, Bro? Was geht, Leute? Sag mal, April, was ist das bitte für eine Sprache? Naja, ist ja egal. Ich hoffe, dir schmeckt das Essen. Hier, das ist deine Portion. Oh, Bro, Bro, ich habe keinen Hunger. Bitte, April, iss wenigstens etwas. Du hast den ganzen Tag nichts gegessen. Hier, bitte iss. Ich will nicht. Ich will nicht essen. Ich will nicht essen. Ich will nicht essen. Okay, dann iss halt nichts. Ich will aber was essen. Oh, cool, das ist ja ein Frisbee. Genug ist genug. Wir bringen dich hier zum Krankenhaus. So kann es einfach nicht mehr weitergehen, April. Komm, mein Schatz. Ich fahre dich mit meinem E-Scooter ins Krankenhaus. Lass uns gehen. Vielen Dank, Doktor, dass Sie so kurzfristig noch einen Termin für uns hatten. Das ist gar kein Problem. Ihr Fall kam wirklich sehr schlimm. So, es geht um die kleine April, oder? Ja, genau, Frau Doktor. Es geht um meine Tochter. Sie dreht einfach durch. Sie sieht mir die gleiche. Hm, okay. Dann setzen Sie mal April auf den blauen Sessel. Oh, sie hört einfach nie auf mich. Sie macht immer nur das Gegenteil, was ich hier sage. Warte mal. April setzt sich ja nicht auf den blauen Sessel. Was ist eigentlich mit ihrem Gesicht passiert? Sie ist sehr blau im Gesicht. Und ihr rechtes Auge zittert, ja. Frau Doktor, das ist uns auch schon aufgefangen. Aber es geht einfach nicht weg. So gesehen kann ich leider keine Diagnose geben, weil sie schaut kerngesund aus, aus abgesehen von ihrem zitternden Auge. Ich glaube, wir müssen ein Ultraschall machen. Vielleicht hat sie sich während dem Unfall verschluckt. Kommen Sie mit mir mit. So, da sind wir auch schon. Sie können sich gerne auf der grünen Bank Platz nehmen. Oh, danke schön, Frau Doktor. Wir werden jetzt einige Tests mit ihr durchführen in unseren hochmodernisierten Maschinen. Keine Sorge, es wird ihr nicht wehtun. Oh, ich mache mir so große Sorgen um meine Tochter. Hoffentlich ist alles gut. Ich mache mir auch solche große Sorgen. Ihr müsst euch beide wirklich keine Sorgen machen. Ich kann euch garantieren, dass sie in den besten Händen ist. Also, April, bitte geh in die Maschine. Es schaut alles normal aus bei ihr. Ich sehe nichts außer... Was ist denn das? Das ist ja eine Meerjungfrau. Frau Doktor, was ist das? Das schaut aus wie ein Regenwurm. Was, Schatz, das ist doch kein Regenwurm. Das ist eine Kakerlake. Okay, hat sich unsere Tochter etwa in eine Kakerlake verwandelt? Was machen wir denn nur? Okay, ihr beide müsst euch beruhigen. Ich kann euch weiterhelfen, okay? Und wie können Sie uns hier bitte weiterhelfen? Keine Sorge. Ich habe ein Labor, wo ich mich genau auf solche übernatürliche Sachen spezialisiere. Folgen Sie mir. Warte mal, ist Ariel, die Meerjungfrau, unsere Tochter? Nein, was redest du, Schatz? Okay, hier sind wir schon. Der Eintritt ist immer ein bisschen schwierig. Also, bitte wartet und habt Geduld. Okay, der Knopf. Hier muss ich drücken und dann den Hebel nach unten drücken. Oh mein Gott, das ist ja wie bei James Bond. Oh, ich habe da ein bisschen Angst. Es ist so dunkel in dem Tunnel. Sie müssen wirklich keine Angst haben. Und der Tunnel ist auch nicht wirklich lang. Bitte kommen Sie mit. Es ist so dunkel, ich sehe nichts. Sie müssen einfach nur geradeaus laufen. Folgen Sie meiner Stimme. Okay, 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 bitte warten Sie auf mich. Warte auf mich, mein Schatz. Lass mich nicht zurück. Bitte beruhigt euch. Wir sind gleich da. Okay, wir vertrauen Ihnen, Frau Doktor. Ah, wie ich mir schon gedacht habe. Ich habe die Laser vergessen auszuschalten. Warte, ich habe eine gute Idee. Hier. Das hat wehgetan. Perfekt, das hat ja wunderbar funktioniert. Komm, lassen Sie uns jetzt weitergehen in mein Büro. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass Sie meinen Tochter in den Laser geworfen haben. Ich hoffe, ihr geht es gut. Ja, ja, keine Sorge. Und da sind wir auch schon in meinem wunderschönen Büro. Mit mir geht es nicht so gut. Keine Sorge, ich werde dir jetzt direkt weiterhelfen. Doktor, ich glaube, meine Tochter hat Fieber. Sie müssen jetzt helfen. Immer mit der Ruhe. Ich muss mich jetzt ganz kurz hinsetzen und mich ausruhen. Meine Beide tun mir so unendlich weh von dem ganzen Tag. Wir können ja ein bisschen YouTube und Tokka-Toast schauen. Was haltet ihr davon? Okay, okay, wie ich sehe, wollt ihr nicht YouTube-Videos schauen. Also kommt, lasst uns dann gehen. Folgen Sie mir bitte. Also, ich glaube, Ihnen ist schon aufgefallen, dass Ihre Tochter ein bisschen anders ist. Und das liegt daran, dass eine böse Meerjungfrau ihre Tochter besetzt hat. Und ich werde Ihnen helfen, die beiden Kreaturen auseinanderzubringen. Ich hoffe, es wird dir nicht wehtun. Wird das etwas sehr viel kosten? Wir haben nicht so viel Geld. Nein, nein, macht euch keine Sorgen. Es wird dir nicht wehtun. Es wird euch auch nichts kosten. Ich wollte schon immer mal so ein Projekt übernehmen. Folgen Sie mir. Wir müssen jetzt das Gegenmittel anmischen. Bitte gehen auch Sie zur linken Seite. Ich will ja nicht, dass Sie sich verletzen in meinem Büro. Okay. In all diesen Jahren, wo ich als Doktor studiert habe, hätte ich nie gedacht, dass ich so einen Fall jemals sehen werde. Danke, mein Assistent. So, das sollte das Gegenmittel sein. Ich glaube, damit können wir Sie heilen. Komm, lass uns wieder zum anderen Raum gehen. Folgen Sie mir. Oh, ich hoffe so sehr, dass mein Medikament anschlagen wird. Und wenn nicht, bitte zeigen Sie mich nicht an, okay? Okay, zuerst muss sie die Medizin essen. Und jetzt müssen wir sie dazu bringen, diesen Trank zu trinken. Und dann sollten Sie sich voneinander treffen. Oh, hoffentlich funktioniert es. Nein! Mein Körper! Das war ein voller Erfolg. Wir haben Ihre Tochter wieder zurückgebracht. Und die Meerjungfrau? Die können Sie mir überlassen. Aber ist es nicht zu gefährlich? Was ist, wenn die Meerjungfrau Ihren Körper haben will? Oh, vielen Dank, Frau Doktor, für Ihre Hilfe. Können wir unsere Tochter jetzt haben? Natürlich, hier ist sie. April, wie geht es dir? Oh, mir kommt es vor, als ob ich von einem langen Traum endlich aufgewacht bin. April, mein Schatz, komm her. Ich habe dich so vermisst. Es tut mir so leid. Mama, wieso meinst du? Ihr könnt jetzt gerne nach Hause gehen, aber vergiss bitte nicht. April braucht sehr, sehr viel Ruhe. Ihr Körper ist derzeit viel zu schwach für jeglichen Stress. Keine Sorge, kleine Meerjungfrau. Wenn du besonders nett zu mir bist, dann überlege ich mir sogar noch, dich freizulassen. Dankeschön, Frau Doktor. Ich kann gar nicht in Worten fassen, wie sehr wir Ihnen dankbar sind. Wir werden jetzt nach Hause gehen mit unserer Tochter. Dankeschön, Dankeschön. Also, komm, so, wo fange ich jetzt an? Oh, mein Schatz, endlich sind wir wieder eine Familie. Ich habe dich so vermisst. Es tut mir so leid, dass wir dich so schlecht behandelt haben. Ach, das passt schon, Mama. Keine Sorge. Ich bin so froh, dass ich meine alten Eltern wieder habe. So, Toasties, nach dem Unfall hat mein Vater einen neuen Job angenommen im Aquarium. Und er liebt seinen neuen Job. Seit er den neuen Job hat, ist er auch nicht mehr gestresst. Und er ist so viel netter zu mir. Und nicht nur er hat sich verändert. Nachdem Mama gesehen hat, wie gut es Papa ging, nachdem er seinen Job gekündigt hat, hat sie ihm natürlich gefolgt und das Gleiche getan. Ich wusste gar nicht, dass Mama schon immer einen Kindheitstraum hatte. Und dieser war, ein Dönerrestaurant aufzumachen. Mittlerweile ist Mamas Laden der berühmteste Dörräumladen in ganz Hockerbocker. Und ich und Papa gehen jeden Montag hin für ein Familienessen. Und ihr fragt euch sicher, was mit der Meerjungfrau passiert ist, nachdem ich von ihr getrennt worden bin. Da die kleine Meerjungfrau wusste, dass sie nicht entkommen kann, hat sie sich dann darüber entschlossen, der Frau Doktor zu helfen bei ihren Studien. Gemeinsam haben die Frau Doktor, ihr Assistent und die kleine Meerjungfrau so viele Heilmittel entwickelt. Aber eines Tages war die Meerjungfrau richtig traurig und hat dann die Frau Doktorin angebettelt, sie freizulassen. Unter der Bedingung, dass sie nie wieder was Böses mehr macht. Und da hat die Frau Doktorin natürlich zugestimmt. Weil nach all diesen Jahren haben sie sich dann doch angefreundet. Kleine Meerjungfrau, bitte komm mich wieder besuchen. Ja, ich werde dich besuchen. Tschüss. Endlich daheim. Die kleine Meerjungfrau war so glücklich und dankbar, dass sie wieder im Meer sein durfte und all ihre Fischfreunde begrüßen durfte. Denn auch für sie gab es ein Happy End. Hallo Toasties. Ich hoffe, euch hat die Story gut gefallen und danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Wäre toll, wenn ihr uns subscriben könnt und dem Video einen Daumen nach oben geben könnt. Und ganz liebe Grüße an die liebe Lia, Toko Autumn oder Adventure Evelyn. Tschüss, wir haben euch lieb. Danke, dass ihr seht. und zum nächsten Mal schauen. Tschüss, wir sind gespannt, wie es ihr seht. Schauen wir uns an. Und dann wieder auf einkaufen. Untertitelung des ZDF, 2020